Hey, Tech! Die Kiste geht ab wie eine Rakete! Hey, freut mich zu hören! Agent P, gibt's was Neues von Dr. Devil? Es scheint, er hat seine Waffe fertiggestellt. Agent P, geben Sie Spy-Team allein! Bin im Anflugsgeneral! Bin schon unterwegs! Wie jetzt? Das komplette Spy-Team? Geht die Welt unter oder was? Volltreffer! Unser Gegner ist einer der raffiniertesten Verbrecher unserer Zeit. Dr. Devil. Er ist im Besitz einer schrecklichen Waffe. Chaos-Kapseln. Wer damit in Berührung kommt, bekommt ein zweites Gesicht. Eine zweite Persönlichkeit, die vor allem eins ist. Böse. Er will die ganze Welt mit diesen Chaos-Kapseln infizieren. Er hat dafür eigens einen Satelliten entwickelt, mit dem er die Kapseln auf die Erde schießen will. Und hier kommen wir ins Spiel. Willkommen auf der anderen Seite, mein Freund. Hier ist mein Plan. Nanu? In Deckung! Annu? Du! Du! Hrrr! Ich bin grüpp. Bereit. Zum Einsatzon! Voll ins Schwarze! Hallo, schön, euch zu sehen. Was ist los, Grip? Bist du wieder aus dem Flugzeug gefallen? Alles in Ordnung bei dir, Two-Face? Schon mal Grip ne Treppe raufgetragen? Worum geht's, Chef? Wir erwarten Dr. Devil morgen an dieser Klippe. Er wird versuchen, seinen Satelliten zu starten. Gleich nachdem er ihn abgefeuert hat, schießen wir ihn mit unserer Laserkanone vom Himmel. Kabumpeng! Auftrag erledigt. Two-Face, ich habe mich noch nicht vorgeschickt. Aber hör gut auf meine Stimme. Kommt sie dir nicht bekannt vor? Du hast eine CD bekommen. Sie enthält einen Computer-Virus. Ich will, dass du ihnen euer System einspeist. Von diesem Tag werden wir unseren Enkeln noch erzählen. Mastercam, Umgebung absichern. Sergeant, Startsequenz einleiten. General, Status bericht. Wir bringen gerade den Laser in Position. Hey, was heißt ihr vier? Hey, Grip! Schöne Aussicht auf zwölf Uhr. Bestzeitige Sicherung, Sir. Bereit zum Entern! Koordinaten? Einige Geben? Bereit zum Abschuss? Unser Publikum wird langsam unruhig. Abfeuern! Jetzt! Hier gibt's Probleme! Ich verstehe das nicht. Ich habe alles richtig programmiert. Verfolgung aufnehmen! So Freude, die Reise endet hier! Fahnen Sie aufblicklich extra an! Professor Crazy, Fernsteuerung übernehmen! Wo ist die Bremse? Weiter oben, weiter links, weiter rechts, weiter unten, weiter oben, weiter unten, weiter links! Bingo! Hilfe! Hilfe! Richtig! Herr! Steig ein, Riff! Dr. Devil, der Satellit ist bereit zum Abschuss! Abfeuern! Das ist dermaßen peinlich, Tech! Wie konnte das passieren? Man hat uns sabotiert! Mit dieser CD! Sie enthält ein Computervirus! Jemand ist hier gewesen! Das ist anzunehmen. Aber ich denke, nach so einem harten Tag können wir uns ruhig ein wenig entspannen. Etwas Musik? Aber hör gut auf meine Stimme! Kommt sie dir nicht in den Herbst! Nein! Es ist Two-Face! Es ist Two-Face! Haltet ihn! Nein! Dieser Verbrecher! Er hat Two-Face infiziert! Dafür wird er bezahlen! Tech, ich möchte, dass du die Waffe manuell abfeuerst. Aber General, das ist beinahe unmöglich! Wir haben keine Wahl! Die Chaos-Kapseln sind bereits auf dem Radar! Sie greifen an! Überraschung! Aha! Ha 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 ha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ihr Turntaubenschießer! Tech, konzentrier dich! Ha-ha! Wenn das mal schießt! Getroffen! Du bist der größte Tech! Ha-ha-ha! Du sagst es! Sie werden den Rest ihres Lebens hinter Schloss und Riga verbringen! Zeit, den Amtelservice anzuheben! Na nun, sind Sie mal los! Ich habe noch eine Kauskapsel gesucht! Ha-ha! Ha-ha-ha! Hoppla! Ha-ha-ha! Ha-ha! 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 Ha-ha!